Kaufdorf am 31. Oktober 2009 Die kurzsichtig und stur verordnete behördliche Räumung des historischen Automobilfriedhofs im Gürbetal hat begonnen. Die Fahrzeuge stehen mittlerweile vor dem Friedhofsgelände zum Abtransport bereit. Käufer, die an der Versteigerung im September ein Objekt gekauft haben, sind dabei, dieses zu verladen. Ein Stück Schweizer Kulturgeschichte geht zu Ende. Die Tage des historischen Autofriedhofs in Kaufdorf sind gezählt.